Sie gingen durch den Lärm der Großstadt. Plötzlich blieb Akta stehen und sagte, Hör mal, eine Amsel. Aber James hörte nur Autolärm, eilige Schritte und verkaufsfördernde Popmusik. Irgendwo muss sie sich ein Nest gebaut haben, beharrte Akta. James legte den Kopf schief, gab sich Mühe. Und jetzt nahm er ihn tatsächlich wahr, den fernen Ruf eines Vogels. Du hast ein verdammt gutes Gehör. Nein, sagte Akta, meine Ohren sind nicht besser als deine oder die anderer Leute. Pass auf, ich beweise es dir. Er nahm ein Geldstück aus seiner Tasche, warf es hoch und ließ es auf das Pflaster klimpern. Sofort blieben einige Passanten stehen und suchten den Boden mit den Augen ab. Siehst du, grinste Akta. Wir alle haben ein gutes Gehör. Entscheidend ist nur, auf was wir achten. Nochmal ein großes Hallo zur letzten Folge der vierten Staffel meines Podcasts Burnout, eine Leichtigkeit des Seins, welche ich unser aller Lieblingsspielzeug mitnehmen möchte, dem Smartphone. Denn diesen Reflex, nach Geräuschen zu gucken, wie wenn uns eine Münze runterfällt, den haben wir nirgendwo so sehr wie im täglichen Umgang mit unserem Telefon. Ich werde heute die erste von zwei Erkenntnissen mit dir teilen, die mir quasi vor die Füße gepurzelt sind, seit ich mit Burnout Coaching Berlin in den Medien präsent bin und die mich teilweise ehrlich schockiert haben. Heute dreht sich alles darum, wie unser Smartphone unseren Alltag, vor allem was das Thema Burnout angeht, verändert hat. Und ich werde dir sieben Tipps mit an die Hand geben, wie du dein Alltagsstresslevel mit und ohne moderne Technik merklich und höchst effektiv senken und somit zu deinem Wohlbefinden und deinem Inneren um beitragen kannst. Zuerst einmal möchte ich nochmal was betonen, was uns allen wahrscheinlich schon lange klar ist. Wenn wir 20 oder nein, eigentlich nur 10 Jahre zurückreisen in der Zeit, dann war es damals noch sehr viel ruhiger. Die Kontaktaufnahme zu anderen Personen hat uns viel mehr Zeit für verantworten gelassen. Denn bis vor ein oder zwei Jahrzehnten haben wir überwiegend über Briefe und Festnetztelefone kommuniziert. Ich kann mich erinnern, dass als ich Teenager war, es noch als unhöflich galt, wenn man nach 20 Uhr einfach so bei anderen Leuten angerufen hat. Und im Vergleich zu heute liegen Lichtjahre zwischen den Verpflichtungen und der Erreichbarkeit und der Erwartungen der anderen, wie erreichbar man zu sein hat, zwischen damals und heute. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit den Auswirkungen von unserem hohen Smartphone-Konsum, den Nachrichtenfunktionen und der ständigen Erreichbarkeit, die damit einhergeht. Die meisten und auch mit interessantesten Diskussionen, wie ich finde, die hierzu bisher geführt wurden, konzentrierten sich jedoch eher auf die Auswirkungen auf unser Dopamin-Level. Dopamin hast du sicher schon gehört. Zählt zu den Glückshormonen und hilft uns außerdem dabei, Gewohnheiten oder auch Abhängigkeiten zu entwickeln. Wie Spielautomaten sind auch Smartphones und Apps, vor allem die Spiele-Apps, die man sich so kostenlos runterladen kann und die du wahrscheinlich auch ganz gut kennst, sind darauf ausgelegt, die Freigabe von Dopamin auszulösen in unserem Gehirn. Natürlich verbunden mit dem Ziel, dass wir uns sehr wohl fühlen und dass es uns ein bisschen das Weglegen des Geräts erschwert. Denn Facebook, Instagram und Co. sind große Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern, welche viel Geld verdienen und das meiste davon verdienen sie mit Werbung. Werbung von Unternehmen, die du dir anguckst und zwar länger und öfter, je mehr du länger und öfter auf diesen Plattformen unterwegs bist. Wir fühlen uns also sehr wohl, wenn wir Dopamin ausschütten. Mit jedem Griff zum Handy, jedem Öffnen einer App hofft unser Gehirn darauf, dass diesmal der große Gewinn herausspringt. Nur wissen wir nicht, wann und wie oft er kommt. Der Hauptgewinn, das wäre in diesem Fall Anerkennung durch ein Like oder eine schöne Nachricht oder so, also so soziale Belohnungen. Und danach sind wir Menschen nämlich sozusagen ein bisschen süchtig, denn vor langer Zeit hätten wir ja nicht überlebt, wenn die Gruppe oder unsere Herde uns nicht wohlgesonnen gewesen wäre. Jede Notification, jede Nachricht, jedes Like, jedes Share schüttet Dopamin in unserem Gehirn aus. Dopamin ist ein Hormon, welches beispielsweise auch beim Rauchen und anderen Süchten ausgeschüttet wird. Und weil sich das so gut anfühlt, wollen wir es eben auch immer und immer wieder erleben. Und deswegen sind Nachrichtentöne auch etwas, worauf unser Unterbewusstsein absolut geeicht ist. Catherine Prince, Autorin des Buches »Wie du mit deinem Smartphone Schluss machen kannst« erklärt in einem Artikel der New York Times, dass Cortisol, auch ein Hormon, verschiedene Reaktionen auslöst und über die Verbindung zu Smartphone und welche verschiedenen Reaktionen es im Körper auslöst. Wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dann erhöht sich dein Blutdruck, dein Herzschlag beschleunigt sich, der Blutzucker steigt. Denn mit der Ausschüttung dieses Hormons bereitet sich der Körper eigentlich auf Kampf oder Flucht vor, so wie wenn dich der Tiger aus Staffel 1, Folge 2 überrascht. Nun, Cortisol ist ein Stresshormon. Wenn der Cortisol-Spiegel im Körper ab und zu ansteigt, ist es auch gar nicht weiter problematisch. Denn wenn das Smartphone jedoch mehrere Stunden täglich nutzt und immer wieder neue Cortisol-Schübe bekommt, sieht das anders aus. Und auch das weißt du schon aus der dritten Staffel, aus der Folge »Gestresster Geist, kranker Körper«. Denn bei den meisten Burnout-Betroffenen ist dieser Spiegel aus den verschiedensten Gründen bereits dauerhaft erhöht. Und genau das und was man dagegen tun kann, war das Thema in dieser Folge. Zurück zum Cortisol. David Greenfield, ein Professor für klinische Psychiatrie in der School of Medicine der University of Connecticut, hat in Studien herausgefunden, dass der Cortisol-Spiegel erhöht ist, wenn unser Telefon nur in Sichtweite oder in der Nähe ist. Und natürlich erst recht dann, wenn wir es hören. Meistens reicht es sogar, wenn wir nur denken, dass wir es hören. Mir persönlich leuchtet das ein. Denn eine Nachricht bedeutet in der Regel, dass irgendwer irgendwas von uns will. Und die Tatsache, dass wir nicht wissen, worum es geht und was das für uns bedeutet, macht uns nervös. Und dann kommt es zu dieser Stressreaktion, die sich unangenehm anfühlt. Und die natürliche Reaktion von Körper und Geist ist es dann, das Telefon sofort überprüfen zu wollen, um den Stress abzubauen. Egal, ob wir gerade mit irgendwas anderem beschäftigt sind oder nicht. Naja, und das mischt sich dann ganz häufig noch mit dem Gefühl, was jeder von uns hin und wieder hat und was ich am Anfang dieser Folge beschrieben habe, nämlich, dass die Person, die uns diese gute oder schlechte Nachricht, das, was wir jetzt unbedingt schnell überprüfen wollen, nachdem das Signal erklungen ist, dass diese Person eben auch von uns erwartet, dass wir auf ihre Nachricht zügig reagieren. Und manchmal haben wir ja gar keine Lust dazu oder es ist eben gar nicht so einfach, sofort zu reagieren, weil wir erst mal nachdenken müssen. Deswegen sind wir so häufig gestresst und zwar doppelt von den Tönen unseres Telefons. Auch laut Frau Price wird dieses Gefühl durch Meldungen auf unseren Telefonen von sozialen Medien, E-Mail und News-Apps erzeugt. Sie schlussfolgert Folgendes. Mit dem Griff zum Handy will man den Stress zwar eigentlich bekämpfen, aber im Grunde entsteht daraus ein Teufelskreis. Denn jedes Mal, wenn du dein Telefon checkst, findest du wahrscheinlich etwas anderes Stressiges, was auf dich wartet. Und das wiederum führt zu einem weiteren Cortisolanstieg und einem weiteren Verlangen, dein Telefon zu checken. Zum Beispiel, wenn du eigentlich denkst, du hast nur eine Nachricht bekommen und dann aber noch eine fordernde E-Mail von deinem Chef auf dem Display siehst. Sowohl Frau Price als auch Professor Greenfield sind sich einig. Im schlimmsten Fall verstärkt sich dieser Kreislauf ständig, wodurch dein Cortisolspiegel chronisch erhöht bleibt. Das wiederum wird mit Krankheiten wie Depressionen, Diabetes Typ 2, hohem Blutdruck, Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Demenz in Verbindung gebracht. Ein erhöhter Cortisolspiegel beeinträchtigt zusätzlich auch noch den Bereich des Gehirns, der für Entscheidungsfindung und rationales Denken von wichtiger Bedeutung ist. Und die Folge, unsere Selbstkontrolle ist geschwächt. In Verbindung mit diesem starken Wunsch, unsere Nervosität zu zerstreuen, was unser Telefon angeht und die Nachrichten darauf, kann es also dazu führen, dass wir Dinge tun, die in dem Moment möglicherweise Stress abbauen, wie zum Beispiel die Nachrichten sofort zu checken, aber gefährlich und sogar tödlich sein können, wie zum Beispiel das Senden von Nachrichten, während wir am Steuer unseres Autos sitzen. Die Auswirkungen von Stress und somit auch die Ausschüttung von Cortisol können noch verstärkt werden, wenn wir uns ständig Sorgen darüber machen, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Und dabei ist es ganz egal, ob es sich um einen physischen Angriff handelt oder um einen wütenden Kommentar in den sozialen Medien. Und hier noch ein kleiner Fun-Fact. Bei der Smartphone-Nutzung äußert sich dieser angespannte Zustand manchmal in Phantom-Vibration. Phantom-Vibration bedeutet, dass wir das Gefühl haben, dass unser Telefon in der Tasche vibriert, obwohl es gar nicht da ist. Na, hast du dich genauso ertappt gefühlt wie ich, als ich es das erste Mal gehört habe? Der Vollständigkeit halber möchte ich dir hier noch ein paar Symptome nennen, die dir ankündigen, dass dein Cortisol eventuell bereits dauerhaft erhöht ist. Dazu zählen nämlich außer den gerade genannten Erkrankungen unter anderem auch Muskelabbau, ständige Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Übergewicht, Heißhunger, Antriebslosigkeit, schlechte Laune und Gereiztheit, höhere Infektanfälligkeit und ein ständiges Gefühl der Anspannung. Und damit du nicht, so wie viele andere, in die Smartphone-Stress fallet hast, beziehungsweise damit du da gut wieder rauskommst, falls es doch mal passiert, habe ich jetzt meine sieben Tipps für dich, die diesmal allesamt aus meinem persönlichen Burnout-Coaching-Berlin-Alltag stammen und die deswegen alle von mir persönlich überprüft und für gut befunden wurden. 1. Was auch mich und vor allem die meisten Burnout-Betroffenen unterbewusst am meisten stresst, ist, Tätigkeiten ständig unterbrechen und nie einfach mal durchgängig zu Ende führen können. 2. Gib deinem Telefon nicht so viel Macht Ich bin inzwischen dazu übergegangen, mein Handy fast ausschließlich lautlos zu schalten, um eben nicht ständig abgelenkt und unterbrochen zu werden und habe festgestellt, dass ich seitdem vieles sehr viel zügiger und effizienter erledigen kann. Ich habe so die Freiheit, in regelmäßigen Abständen auf mein Telefon zu gucken und Nachrichten, egal wie schön oder auch wie stressig sie sein mögen, dann zu lesen, wenn ich vorher schon entschieden habe, dass ich jetzt die Zeit habe, um mich ihnen zu widmen. Das Gleiche gilt übrigens für soziale Netzwerke und WhatsApp. In den Apps von Facebook, Instagram und auch bei WhatsApp und seinen Gruppen kannst du einstellen, dass du keine Notifications bekommst. Und so minimieren sich die Töne, die dein Phone von sich gibt, genauso wie der Stress von Meldungen auf dem Display, die du vielleicht genauso gut hättest nach Feierabend oder einfach eine Stunde später lieber bewusst angucken können. An sehr stressigen Tagen, wenn ich mega viel Arbeit habe und wirklich darauf angewiesen bin, dass mir keine Minute verloren geht, habe ich sogar fest eingebaute Telefonzeiten in meinem Tagesablauf. Das heißt, ich checke mein Telefon morgens, dann setze ich mich an die Arbeit, ich habe es lautlos und ich gucke dann tatsächlich auch nicht drauf, bis ich Mittagspause mache. Und dann kommt quasi die zweite Arbeitshälfte des Tages, in der das Smartphone wieder lautlos irgendwo liegt, wo ich es auch nicht aufleuchten sehe, wenn irgendwas reinkommt und wo ich mir dann in der letzten halben Stunde meines Arbeitstages nochmal Zeit nehme, um E-Mails zu checken, etc. pp. Zweitens. Wenn du genau wie ich viel arbeitstechnisch mit dem Telefon zu tun hast, weil du vielleicht auch im Medienbereich tätig bist oder weil du oft für Kundenanfragen erreichbar sein willst oder, 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 dann kann ich nur empfehlen, sich unbedingt ein zweites Handy zuzulegen und Privates und Geschäftliches definitiv zu trennen. Mich hat es nie losgelassen, wenn dann mitten in der Nacht Bestellungen für das Buch oder für den Kurs reingekommen sind oder irgendwas ist schiefgelaufen. Ich habe das dann einfach immer sofort erledigen müssen, weil ich sonst einfach keine Ruhe gefunden hätte, weil ich einfach wusste, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, stehe ich morgen früh auf und dann wartet schon dies und das und jenes auf mich. Ich bin also dazu übergegangen, mir ein zweites Handy zu besorgen und alle Arbeitsangelegenheiten wirklich nur noch auf diesem Handy zu haben. Ich habe sogar Facebook und Instagram auf dieses Handy rübergezogen und es von meinem privaten Handy gelöscht. Und so ist es inzwischen möglich, wenn ich irgendwo hingehen will, zum Eisessen zum Beispiel, und wirklich die Arbeit mal vergessen will, kann ich trotzdem erreichbar sein für Familie, Freunde, etc. pp. Aber die E-Mails, die Bewertungen in sozialen Netzwerken und Kommentare und so weiter und so fort anfragen, das alles landet nicht auf diesem Telefon und ich kann mich dem wieder widmen, wenn ich vom Eisessen zurückkomme oder am nächsten Tag, falls ich den ganzen Tag freimachen will. Und ich habe einfach diesen Druck nicht, weil ich gar nicht sehe, wie viel dort auf mich wartet. 3. An den Tagen, an denen ich arbeite und an denen ich das Handy nicht komplett weglegen möchte, lege ich es trotzdem nach Feierabend in die Küche. Denn die Motivation, auf das Handy zu gucken, wenn ich zum Beispiel Fernsehen schaue und es liegt neben mir, ist halt ziemlich groß. Und ich bin auch nur ein Mensch und ich mag auch Dopamin ausschütten. Ich bin auch ein bisschen geeicht auf Nachrichtentöne und so weiter. Und wenn ich Fernsehen gucke und dann ist da eine langweilige Szene dabei, dann habe ich genauso, wie die meisten anderen heutzutage, ganz schnell und unterbewusst meine Hände am Telefon, weil ich kann ja die Zeit dann effektiver nutzen und nochmal kurz die Mails checken. Aber hier fängt die Spirale wieder an. Wenn dann nämlich irgendeine stressige Mail auf dem Telefon ist, habe ich von meinem Fernsehabend auch nicht mehr so viel. Und seit das Handy ab einer bestimmten Uhrzeit in der Küche liegt, gucke ich einfach nicht mehr so oft drauf. Für eine langweilige Szene aufzustehen und schnell in die Küche zu gehen und schnell auf das Handy zu gucken und wieder zurück zu laufen, ist mir im Feierabend zu anstrengend. Tipp Nummer vier. Reden in Persona statt zu schreiben. Denn nur so ist wahrhaft tiefgreifender Austausch möglich. Ich habe in meinem Podcast schon viel über Achtsamkeit gesprochen. Ich persönlich finde, dass Menschen, die mir wichtig sind oder auch der Kunde, der vor mir sitzt, 100% meine Aufmerksamkeit verdient hat. Denn nur so kann ich alles, was er mir sagt, wirklich 100%ig aufnehmen und verstehen und vielleicht auch nachfühlen. Und nur so bin ich auch 100% bei der Lösungsfindung zum Beispiel im Kundengespräch oder meiner Freundin, die mir irgendwas Wichtiges mitteilen möchte und sich einfach wohler und verstandener fühlt, wenn sie sieht, dass mein Blick zu 100% aufmerksam ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich kann Qualitätszeit viel weniger gut genießen und fühle mich auch manchmal ein bisschen beleidigt, wenn Leute im Gespräch mit mir einfach ständig auf ihr Handy gucken oder ständig ihre Nachrichten checken und dann noch ewig irgendwo hin zurückschreiben. So entsteht kein Gesprächsfluss und so ist eben ein tiefgreifender Austausch, den so viele Menschen heutzutage in ihrem Alltag vermissen, auch nicht möglich. Also, liebe Leute, widmet euch wahrhaft der Person, die euch gegenüber sitzt und lasst das Handy einfach mal ein Stündchen auf Vibration in der Tasche. Fünftens. Wenn du ganz schnell und effektiv einen ganzen Batzen Stressgefühl aus deinem System kriegen willst, mach einen Spaziergang und lass alle Telefone, die du hast, zu Hause. Wir unterschätzen das Gefühl, losgelöst zu sein. Das ist etwas, was wir vor 10 oder 20 Jahren noch ganz natürlich hatten. Sobald wir aus dem Haus gegangen sind, war das Festnetztelefon zu Hause und wir waren unterwegs. Und wer irgendwas wollte, musste eben eine Nachricht auf dem AB hinterlassen oder später nochmal anrufen. In der Regel hat das gut geklappt und wir sind ja nicht dümmer geworden seitdem. Du musst dir also keine Sorgen machen, wenn du für ein oder zwei Stunden deine technischen Geräte zu Hause liegen lässt und diese Freiheit, dass niemand Zugriff auf dich hat, für die Dauer dieses Spaziergangs genießt. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann hast du wahrscheinlich auch schon davon gehört, dass ein Morgenritual und auch ein Abendritual bedeutend sind für einen guten Start in den Tag und einen entspannten Tagesabschluss. Schaff dir jeden Morgen, bevor du deinen Tag anfängst und jeden Abend, bevor du deinen Tag beendest, eine kleine Zeitspanne, in der du ganz bei dir bist. Das ist das, was ich in Tipp 1 gemeint habe. Wir mögen es eigentlich gar nicht ständig abgelenkt zu werden und es stresst uns, wenn wir mit irgendwas beschäftigt sind und dann das Handy Aufmerksamkeit einfordert, auch wenn wir das bewusst gar nicht so wahrnehmen. Selbiges gilt für die ein oder zwei Momente, die du dir jeden Tag nur für dich allein gönnst. Schotte dich ein bisschen ab, stell dein Handy lautlos und schau einfach später oder am nächsten Tag, was ansteht und was es Neues gibt. Gerade für einen gesunden Schlaf ist ja so ein Abendritual entscheidend, wenn du dauerhaft gestresst bist, im Burnout steckst und Schwierigkeiten hast, ein- oder durchzuschlafen. Dein Cortisolspiegel gerät auch durch unregelmäßigen Schlaf aus dem Gleichgewicht. Und so führt zum Beispiel die Angewohnheit, das Telefon vor dem Schlafengehen nochmal zu überprüfen, dazu, dass der Körper weniger stressresistent ist und erhöht auch nochmals das Risiko für alle genannten stressbedingten Gesundheitszustände oder Krankheitszustände. Wenn du dich traust, sei so rigoros wie ich. In meinem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis wissen inzwischen alle, dass ich nach 19 Uhr telefonisch, ohne vorherige Absprache, einfach nicht mehr zu erreichen bin. Denn das ist für mich die Zeit, wo definitiv der Feierabend ist und wo ich definitiv Zeit brauche, um zu baden, um Fernsehen zu gucken, um ein Buch zu lesen, vielleicht noch mit jemandem einen Tee zu trinken oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Zeit, in der ich gerne zur Ruhe kommen möchte, wo ich einfach sicherstellen will, dass diese Ruhe nicht durch unbewussten Stress gestört oder genommen wird. Auch wenn das gar nicht so einfach ist, anderen zu erklären, dass man eben nicht ständig erreichbar ist oder dass es eben eine bestimmte Uhrzeit gibt, wo du unter der Woche gar nichts zu erreichen bist, wenn nicht irgendwas wirklich Dringendes ist oder das abgesprochen ist, dein Umfeld wird sich daran gewöhnen. Und in meinem Umfeld gibt es inzwischen tatsächlich den einen oder anderen, der sich das abgeguckt hat und damit anscheinend auch ganz gut fährt. Siebtens Nicht alles an unserem Smartphone ist schlecht. Die meisten Hersteller haben inzwischen auch erkannt, dass so manche Eigenschaften, die ein Smartphone mit sich bringt, nicht immer so gesundheitsfördernd sind. Deswegen gibt es bei manchen Telefonen und definitiv mit Apps, die du dir runterladen kannst, die Möglichkeit, blaues Licht zu unterbinden ab einer bestimmten Tageszeit, weil auch blaues Licht das System stresst, abgesehen davon, dass es nicht gut ist für die Haut und uns ganz schnell alt aussehen lässt. Und blaues Licht, wenn wir das vor dem Einschlafen noch sehen, kann eben auch dazu führen, dass uns das Einschlafen erschwert wird, weil die Hormone durcheinander kommen und wir dann einfach nicht müde genug werden und das dann natürlich die Schlafqualität negativ beeinflusst. Guter Schlaf wiederum baut Cortisol ab. Das bedeutet, wenn es uns nicht schlafen lässt, können wir das Cortisol nicht abbauen. Wenn es uns nicht schlafen lässt, ist der Cortisolhaushalt noch mehr durcheinander und wenn es zu oft piept und wir sowieso schon gestresst sind, kann es also auch dazu führen, dass wir permanent zu viel Cortisol im System haben und unseren Stress nicht mehr abbauen können und dadurch krank werden. Falls du noch auf der Suche bist nach Übungen, die dir helfen, Stress abzubauen oder falls du einfach gerne den Podcast zum Anfassen hättest, dann bestell dir jetzt mein Buch Burnout von der Leichtigkeit des Seins, wie du deinen inneren Stressknoten auflöst und dich endlich aus dem Burnout befreist. Den Link dazu habe ich dir nochmal in dem Beschreibungstext dieser Episode gepostet. Und jetzt ist es auch schon Zeit für das Mantra der Woche. Jetzt ist mal Ruhe im Schiff. Dies war die letzte Folge von Staffel 4 Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Alles über die Kühlschrankliste zu dieser Staffel und zwei große Neuigkeiten. Es gibt nämlich Veränderungen im Jahre 2020 bei Burnout Coaching Berlin. sowie alles zum Start von Staffel 5 erfährst du in zwei Wochen an dieser Stelle, wenn die Winterpausenfolge rauskommt. Jawohl. News, news, news. Ich freue mich darauf, sie zu verkünden und wünsche dir bis dahin erstmal ein schönes Weihnachtsfest, eine besinnliche Zeit. Deine Susi in zwei Wochen an dieser Stelle, wiederkommt. Nein, ich freue mich so ein bisschen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018